Hey Leute, der Claude Swate hier. Heute gibt es einen DVD Marathon. Wir haben jetzt... Also heute gibt es einen DVD Marathon. Ich weiß nicht wie lange ich es schaffe. Ich versuche es so lange wie möglich auszuhalten. Halte euch natürlich auf dem Laufenden und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute, ich fange jetzt an mit dem Film, genau. Und dann melde ich mich gleich und zeige euch den Film. So Leute, das hier wird der erste Film. Ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt, genau. Das hier wird der erste Film. Und dann zeige ich euch gleich den zweiten. Wenn ich dann so weit bin und den ersten geguckt habe. Bis gleich. So Leute, ich melde mich zurück. Der erste Film ist zu Ende. Daher, dass das nächste in die Serie ist, habe ich beschlossen, dass ich mich nach jeder Serie melde. Genau, weil das mehrere Serien auf einmal sind. Genau und deshalb melde ich mich dann gleich nochmal. So Leute, ich habe gesagt, ich melde mich zwischen den Serien. Genau, das ist jetzt passiert. Die erste Serie ist vorbei. Jetzt geht es mit der zweiten weiter oder mit der zweiten Folge. Genau und dann ähm... Genau. Story, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber meine Kamera war kaputt, genau. Und deshalb ähm... Melde ich mich ab morgen wieder. Ich versuche es mal regelmäßig. Und dann bis dahin sage ich gleich Ciao. Also ich meine natürlich Ciao bis zur nächsten... Pause, bis ich mich dann wieder melde. Tut mir leid. Keine Fehler. So Leute, die zweite Folge ist auch vorbei. Jetzt geht es weiter mit der dritten. Genau und dann... Melde ich mich gleich wieder. Und hier bin ich auch schon wieder zurück. Genau. Die dritte Folge ist vorbei. Oder die... Folge ist vorbei. Jetzt kommt die nächste Folge. Quasi liebe Peter. Habe ich nicht mehr mitgezählt und tut mir leid. Jedenfalls ähm... Melde ich mich gleich noch mal. So Leute, damit ist auch die nächste Folge der Serie zu Ende. Genau. Deshalb kann ich mich auch wieder melden. Und ähm... Ich melde mich bei der nächsten Pause. Genau. Bis gleich. So Leute, die nächste Folge ist zu Ende. Jetzt fange ich mit der neuen... Neuesten... Mit der neuen Folge an. Genau. Und ähm... Wie gesagt, ich weiß nicht wie lange der Vlog wird. Oder wie lange das Video wird. Nimmts mir nicht übel, wenn es zu kurz wird. Ich versuche dann ab sofort wieder längere Vlogs zu machen. Oder längere Videos. Genau. Weil ich ja auch andere Sachen mache als Vlogs. Genau. Und deshalb ähm... Melde ich mich dann gleich noch mal. Hey Leute. Hier bin ich noch mal. Wir haben inzwischen... Sag ich euch... 3 nach 1. Genau. Und ähm... Ich bin immer noch um die Folie gucken. Genau. Und wenn die die Folie zu Ende ist, mache ich dann auch aus. Genau. Und dann ähm... Melde ich mich gleich noch mal. Okay Leute. Das war's für heute auf CloudyZ. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Siggi Show. Ciao.